Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Video, das etwas später kommt oder etwas extrem spät kommt. Wir haben ja gestern wieder gestreamt, ich guck ganz kurz in die Statorinos rein, okay. Wir haben gestern gestreamt und aus diesen üblichen 3, 4, vielleicht 5 Stunden des Freitag-Streams sind dann doch aus Versehen 13 Stunden geworden. Also, Monsieur, was guckst du da auf den Boden rum? Ja, wir haben ziemlich lange reingehustelt, da war ich dann heute nicht so ganz in der Lage, was schick ist zu machen. Wir haben von der 22 Uhr Freitag, ihr wisst ja, jeden Freitag um 22 Uhr ist der Stream. Und dann haben wir bis Samstagmorgen zum 11 eben reingenudelt. War sehr, sehr geil, also wir haben, ich glaube, die meisten Zeit Apex gespielt, sicherlich 8, 9 Stunden davon Apex am Stück und es war abnormal, es war wirklich abnormal. Es war eine riesen Gaudi, es hat so Spaß gemacht, wir haben so reingehustelt, ich habe so viele Clips gemacht, ich habe auch ganz oft auf diese, ihr wisst schon, Shadowplay-Clip-Taste gedrückt. Also, ich habe jetzt einen Haufen Material, wo wir in unterschiedlichsten Zusammensetzungen der Teams, alter Falter, der drückt aber ordentlich rein, ja, Apex reingehustelt haben. Es hat richtig Spaß gemacht, eigentlich habe ich dann noch im Stream gesagt, ja, keine Sorge, ich schaffe trotzdem ein Video, ne, ich mache, oh, Achtung, Monsieur, das war aber, ich mache einen schönen Zusammenschnitt, beziehungsweise so Highlight, ne, Apex Highlight, ultimative Drücker-Action und sowas, weil, also, das ist echt das erste Battle-Royale-Spiel, bei dem ich, bei dem ich was machen kann, bei dem ich echt was treffe, also auch da nicht gerade wenig, also da kommen, da kommen echt richtig geile Runden bei rum. Ja, das kommt dann einfach morgen. Heute habe ich das nicht geschafft, ich habe mich natürlich, äh, dummerweise um 11 kurz hingelegt, also, äh, kurz, bis um 18 Uhr, dann war meine Freundin da, ja, jetzt ist halt jetzt, ne, jetzt ist ja gleich wieder 11, aber jetzt nehme ich für euch noch hier ganz gemütlichen Overwatch auf und schwätze so ein bisschen mit euch und ihr könnt natürlich auch gerne jetzt schon schreiben, was ihr wohl von ihm hier haltet oder von ihr, müssen wir gleich noch feststellen. Äh, hinsichtlich kommender Fragen, oh, Monsieur, nix neben dir, wegen Livestreams, gestreamt wird jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, wir spielen immer erst Counter-Strike und dann halt irgendwas anderes, TTT, im Moment extrem viel Apex oder Scum und so weiter und so fort, also, wer da zuschauen will oder gar dabei sein möchte, kann einfach einschalten, es gibt immer Giveaways und, ja, man kann halt mitspielen, weil viele immer wieder fragen, wie kann man mitspielen, einfach in die, in die Livestreams kommen, da kann man mit mir spielen. Ja, es war ab nochmal, wir haben ganz schön reingehustelt und es gab da tatsächlich ein paar Wahnsinnige, die einfach bis zum Ende mit dabei waren. Also, den ganzen Stream über waren die Leute da, das war echt Wahnsinn. Also, vielleicht sind sie zwischendurch mal eingepennt, aber irgendwann hieß es dann, ah, da bin ich wieder. Ähm, ja, es war wirklich, war wirklich krass. Äh, ist ja nicht tragisch, wenn man vom Bildschirm einpennt, ne? Solange der Stream noch läuft, ist alles gut. Es war wirklich eine Mod-Scoutie. Ähm, was ich mit euch noch ganz kurz, was ich ansprechen wollte, ist halt die Apex-Geschichte. Also, einige haben gesagt, bei Apex, da müsste ich mich jetzt ein bisschen reinknien, weil sie gesehen haben, wie gut es bei mir läuft. Erstens und zweitens, weil Apex ja so gut im, im Moment noch im Hype ist oder zumindest in so einem, ist es immer noch ein Hype. Es ist, es ist gerade wirklich sehr, sehr gut gelistet auf Twitch, auf YouTube und so weiter und so fort. Und viele sagen, ich soll mich da etwas reinknien, damit wir die 10.000 jetzt endlich mal knacken. Und es ist natürlich eine gute Idee. Ich werde schauen, dass ich Apex jetzt verstärkt erscheinen lasse, aber keine Sorge, ich mache das neben dem sonstigen Content, also neben Counter-Strike und so weiter, werde ich Apex als Zusatz-Content noch bringen. Und wir testen mal, ob wir da was machen können. Da habe ich ja gestern den Startschuss praktisch, was wartet er denn hier ab? Vor allem mit dem Crosshair-Placement. Ist übrigens ein Kerl, das kann ich sehen. Ähm, ja, gestern kam das, das erste Video von mir zu Apex und jetzt werde ich diese üblichen Videos durch exorzieren. Ja, diese, hm, wie viel Prozent Headshot-Rate hat er? Kann man das nicht irgendwo einsehen? Jetzt schon. Kann man nicht irgendwie das hier groß machen? Warte mal, das war es mir geholter Foto. Das geht nur am Schluss, oder was? Naja. Ähm, diese üblichen Sachen halt, ne? Die besten Legenden, die besten Waffen, die besten Skins, die besten Mütter und so weiter und so fort. Das werde ich dann durchhasseln, so ganz gemütlich und es einfach neben dem sonstigen CS-Go-Content bringen. Ich weiß, ich weiß, sonst weinen wieder alle. Also Matchmaking, Overwatch und so weiter wird natürlich weiterkommen. Top-10-Videos, Giveaways, Pipapo. Apropos Giveaways. Hier gibt es natürlich auch wieder im Video ein Giveaway. Irgendjemand, der hier richtig schön hart am Kommentieren ist, also halt einfach in den Kommentaren steht und sich vielleicht beteiligt mit seinem, mit seinen Gedanken hier zum Fall, was derjenige wohl anhat. Der, äh, da hat dann einer eine Chance oder die Chance eben was zu gewinnen, ne? So wie ich es eigentlich fast in jedem Video mache. Eigentlich, ich würde sogar wirklich pauschal sagen, unter allen Kommentatoren gibt es in jedem Video, auch wenn ich es nicht erwähne, irgendwas. Also ich schreibe mir immer irgendeinen raus, äh, der, der was Schönes schreibt, der auf irgendeine Art und Weise halt sich vielleicht heraushebt. Oder auch einfach, wenn alle gleich sind, irgendjemanden per Zufall und dann bekommt der ihn raus. Jetzt nichts Großes, jetzt nicht Knife oder sowas, ne? Weil ich es in jedem, in jedem Video ja mache. Aber halt irgendeine Kleinigkeit, ja? Vielleicht, äh, ein schicken, äh, also ein gut aussehenden Blueskill mit Sticker und Graffiti oder sowas, wisst ihr? Oder ein, äh, Autogramm, so ein Zeug halt, ja? Irgendwas Schönes. Hab auch schon Purple-Dinge rausgehauen zu den, zu diesen Sachen. Ich, äh, hab da auch nie irgendwas festgelegt. Also immer, wenn ich dann, wenn der Gewinner feststeht und er mir seinen Trade-Link schickt, nehm ich den, geh, öffne den Trade und such halt dann was raus. Also während diesem Trade halt. Ab und an kann man, kann ich irgendwas anpassen an den Kommentar, wenn jemand halt was, was Liebe schreibt und dann gibt's noch ein Herz, äh, Ding oben drauf, wisst ihr? So ein Herz-Graffiti, äh, zu dem Skin. Ja, so. Wisst ihr Bescheid? Alter Falter, Monsieur. Ich hab hier schon eine ganz gewisse Vorahnung, aber, äh, die behalte ich natürlich erstmal noch für mich und sag's ja euch dann in der nächsten Folge. Letztes Mal habe ich Grief gedrückt. Die Diskussion war recht, da ist, es ist bei einigen Leuten eine gewisse Diskussion entstanden. Ich hoffe, ich kann das hier noch ganz kurz klären. Wir sind erst bei 5 Minuten, wahrscheinlich geht das Overwatch noch 3, 4. Also, mit ein paar haben geschrieben, er hat ja nichts gemacht, ähm, also nichts Illegales oder nichts, was, ähm, nichts Schlimmes gemacht, weil er ja nur AFK stand. Äh, das ist der Tatbestand des Griefs. Also so schlägt es auch das Spiel vor. Ich mach's euch gleich noch auf, ne, wenn wir wählen können. Im Grief steht drin, wenn jemand anti-social oder anti-competitive ist. Warte mal, ich kann's euch zeigen, die Runde ist ja vorbei. Okay, hier, äh, Alter, ich wollte's markieren, hallo, bla 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 bla. So, excellent behavior that was disruptive, also AFK ist disruptive, man unterbricht das Spiel, ne, anti-competitive ist es auch, weil im competitive geht es ja darum, Alter, wieder hinten, das Video läuft, egal, geht es ja darum, dass man, man, man möchte dieses Matchmaking spielen und auch korrekt spielen und nicht jemanden haben, der drei, also, ne, der drei-runden oder vier-runden AFK ist, anti-competitive ist es auch. Und es ist anti-social dem Team gegenüber, also es trifft, wenn man AFK ist, alle drei Teile. Natürlich ist, wenn jemand am Anfang kurz mal AFK ist oder halt eine Runde AFK ist, da drück ich auf jeden Fall beide Augen zu. Aber man darf nicht vergessen, dass Griefing mit Cheaten auf der gleichen Höhe ist. Es ist genauso behindert, es stört die Community genauso sehr. Ich hab tausend, ich hab mehr Leute, die sich bei mir beklagen, dass in ihren Rängen nur Trollleute rumlaufen, die nicht richtig spielen, wie Leute, die sich bei mir beklagen, dass Cheater bei ihnen spielen oder gegen sie spielen. Also, Griefing ist auf jeden Fall eine Sache, die durchgedrückt werden muss. Und ihr dürft niemals vergessen, es steht nicht mehr richtig dabei. Kann ich jetzt ganz kurz hier wegklicken? Ja, ich werd das dann gleich durchdüdeln. Wenn ihr, es stand früher ganz groß da bei Matchmaking, jetzt ist es halt etwas klein. Nicht richtig zu sehen, aber guckt mal hier, wartet. Wo ist es denn hier unten? Da unten, ne? Unten, ich kann das mit der Maus nicht hin, ganz unten. By playing competitive, you are committing to a full match. Das heißt, man verpflichtet sich für ein volles Spiel. Es kann bis zu 90 Minuten dauern. Und sobald man Accept drückt, hat man zugestimmt, dass man ein volles Spiel spielt, das bis zu 90 Minuten dauern kann. Man verpflichtet sich für das Spiel. Wenn man sich nicht verpflichten kann, weil man denkt, vielleicht ruft mich meine Mutter gleich zum Essen oder irgendein verschissenes Paket kommt, dann spielt man kein Competitive, sondern spielt Casual. Kein Competitive. Competitive ist der ernstere Modus in Counter-Strike. Und wer sich nicht sicher ist, also, ne, das spielt halt Casual. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Ich bin nämlich der Letzte, der sagt, öh, öh, der ist gerade eben drei Sekunden auf der Stelle gestanden. Bann, ja, auf gar keinen Fall. Und auch wenn man mal ein Mate anschießt aus Versehen oder eine Nate auf ihn schmeißt, so wie der Knilte gerade eben, ist auch kein Grief, ja, sondern halten Versehen. Wenn aber jemand wirklich gezielt seinen Mate erschießt oder mehrere Mates killt oder eine gewisse Zeit das Spiel unterbricht, indem er einfach AFK ist, dann ist er ein Griefer. Und diese Leute lernen nur, dass sie das nicht mehr zu machen haben, indem man sie bestraft. Und am besten bestraft man sie dann mit einem, wenn alle drücken, mit einem Bann, also mit einem temporären Bann. Ich glaube, der erste Grief-Bann ist temporär. Das heißt, man ist dann für x-Zeit gebannt und dann kann man weiterspielen danach. Wenn das aber nochmal passiert, ist man, glaube ich, dann schon permanent gebannt. Bin mir nicht ganz sicher, ob es beim zweiten oder dritten Mal ist oder ob sich da irgendwas geändert haben. Das ist das Wissen von vor drei, vier Jahren. Oder zwei Jahren. Man sollte kein Competitive Matchmaking spielen, wenn man die Zeit nicht dafür hat. Ihr geht ja auch nicht, äh, ihr geht ja auch nicht irgendwie in ein Fußballspiel für euer Dorf oder sowas gegen ein anderes Dorf und geht dann mittendrin nach Hause, weil vielleicht die Post kommt oder weil eure Eltern euch zum Essen rufen. Also, es ist nicht so ernst wie irgendein Ligaspiel, aber es ist halt der Ernst-Test-Herm-Modus hier im Matchmaking. Und ich kann wirklich keinem empfehlen, das anzudrücken, wenn man dann einfach davon geht und drei Minuten, äh, drei Runden einfach weg ist. Der Knellich war ja drei Runden nicht da. Oder vier. Ich habe auch am Anfang eine Runde durchlaufen lassen, die ihr gar nicht gesehen habt, weil ich dachte, es ist vielleicht ein Boosting-Game, dass das ganze Team AFK ist. Also, er war wirklich langer AFK und das geht einfach nicht. Das ist Grief. Das ist wirklich der Tatbestand des Griefs. Und nicht, wie manche gesagt haben, eine Lappalie oder so. Es ist ja dann auch für denjenigen hoffentlich nur eine Lappalie, wenn er halt ein Full-Time-Matchmaking-Band bekommt, weil er halt ein Dödel ist und andauernd AFK ist. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dann Casual zu spielen, wenn ihr nicht wisst, dass ihr keine Zeit habt. Um das noch kurz mal geklärt zu haben. So weit, so gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im morgigen Video, beziehungsweise am Dienstag im Livestream. Haut ordentlich rein, ich habe heute die Musik wieder komplett vergessen, sorry. Jetzt bin ich genau bei zehn Minuten. Läuft! Das Cash Rollen-Chall. Das Cash Rollen-Chall. Das Cash Rollen-Chall. Vielen Dank.